Ach, hier ist der Planet, den wir als Heimatplanet markiert haben, was uns gar nichts mehr bringt, weil wir haben ja keine Heimat mehr. Wir sind mal wieder Heimatland. Kannst du mir bitte solche Sounds einbauen, dass sich irgendwelche Metallsplitter fallen lassen? Ich bin traurig. Das klingt fast wie das Original. Na, Chewie, wo kommen wir an? Rauskommen? Warte, du leuchtest gerade nach unten. Das ist sehr gut. Leuchtet den Planeten an, damit wir wissen, dass wir kommen. Ich glaube, man kriegt eine kleine... Man kriegt einfach nur das Ding. So eine Hasenstatue kriegt man dann einfach nur. Das ist alles. Scheiße. Ja, die bringe ich ja von Haus aus mit. Alter, der ganze Planet kam hier gerade runter. Ich sammle für's Team. Sammle ich hier gerade ein paar Rohstoffe? Immer wenn du das sagst, weiß ich, was los ist. Was denn? Ist ja wirklich für's Team. Alter, was machst du denn hier? Geh weg! Alter! Wieso bist du so schnell wieder beim Tempel? Das gefällt mir nicht. Oh! Alter! Ui! Hilfe! Oh, der Roboter klaut mir alles! Ich hab von Panik seine Spitzhack geschwingt, ey. Die kaputt schlagen, ey. Boah, du bist so brutal immer. Ah ja, wir sind ja böse. Schlag die mal kaputt! Oh! Oh! Alter! Oh! 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 Alter! Was machst du da? Meine Kiste aufgemacht. Meine Sensoren haben mir das gerade gemeldet. Ja, ich wollte auch gerade sagen, hä? Meine Loot- meine Loot-Sensoren. Weißt du, was ich dring gefunden habe? Hm? Einen verfaulten Apfel. Ach, geil! Das ist einfach so ein Fuckfinger einfach. Das ist so ein Sammlexemplar. Nein! Scheiße. Ich hab die Bandagen gerade weggeschmissen. Ich weiß gar nicht, warum. YOLO! Ui! Was denn? Warte mal. Ja, aufgeregtes Mausklicken. Oh! Was los? Da kam gerade so ein Vieh aus dem Boden hochgesprungen und hat mich halt mal voll weggesnackt. Wolle ich dir ein bisschen Schleim mitbringen? Boah, geil! Hast du welchen? Ja, mein Robot hat es gerade erkältet. Ui! Lü Lü Lü! Lü Lü! Da hätten wir nämlich extrem gealen Schutz. Genau, dann bauen wir uns so'n kleinen Schlitz nach oben durch. Ui! Hahahaha Einen sehr schmalen Schlitz. Ui! Und dann geht's los durch den Schlitz. Na, Peter Griffin? Oh, da ist mir gerade ein Nugget runtergefallen. Also jetzt hier vom Rechner, ich muss kacken. Nee, äh. You are so still, my dear friend. What is happening? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil wir über diese kack Giftlöcher sind. Bist du gerade im Puff, oder wat? Ahem. Also Giftlöcher und Schleim. Ich will das gar nicht wissen. Ich bin doch gerade ein bisschen angewidert, muss ich sagen. Mach mal einen Abstrich von der Wand. Ja, wegen Gucken, was da für Lebensvor... Ih, ach, jetzt hör auf. Was für eine Schicht hast du denn da gerade? Ich bin ja... Magma-Rock. Ah, okay, ja, schade. Magma, dein Rock sehen. Ach, ja. Gegner. Läuft der mich an? Nö. Hey, Süßer. Ich bin seit 300 Jahren allein hier unten in der Höhle. Oh, Mann. Hat sich ein bisschen was angestaut. Also, Frust, Frust, Frust meine ich, Frust hier. Natürlich. Boah. Der 600 Jahre Mann, Alter. Die ist aber in so einem Tsunami aus Milch. Ich versuche mich mal zu dir zu graben. Zumindest... Oh, Gold. Warte. Oh, Gold. Moment. Oh, was ist da oben noch? Dann ist das... Oh! Oh! Oh, Alter! Liebe Türkin, wo seid ihr hin? Komm zurück! Zwingt ein Mann doch nicht nach draußen zu gehen für ein Döner. Weile. Ja, also Rohstoff haben wir grad... Also es wird ein bisschen knapp natürlich, klar. Aber wenn wir zusammenlegen... Dann schaffen wir auch diese Hürde. Zusammen was? Legen. Das ist wie hin. Nur anders. Willst du dich mit mir zusammenlegen? Warte. Das Angebot kommt von 30 Folgen. Etwas zu früh muss ich sagen. Warte, das ist... Warte, das ist... Kein schönes Essen vorher? Ich bin noch nicht so weit. Roboterliebe. Einmal komplett durchs Universum. Ja. Und wir müssen uns unbedingt noch gucken, dass wir dann... dass wir gute Planeten vielleicht mal aufschreiben. Die Koordinaten. Kann man die nicht irgendwie als Favoriten speichern? Boah. Das weiß ich nicht. Übst du schon für deinen Opernauftritt am Wochenende? Ja. Hier Red Die. 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 Look at you. Warte mal, die kann ich aber schon abbauen. So viel Platz habe ich schon. Ah, super. Soll ich mal? Ja. Oh. Ich geh mal beiseite. Buh. Oh. 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 Ich pisst dir da... Ich pisst dir ins Grab, Alter. Ich pisst dir da runter. Wir fliegen in den Beta-Sektor. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh. Oh, Bethlehem. Oh, der Stern aus Bethlehem. Oh, das ist bescheuert. Schön hier, ne? Wenn man sich so umguckt. 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 Wenn man sich so umguckt. 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 Oh, Glas. Alter, er räumt gleich wieder alles weg. So, lalalalala. So. Oh. Hui. Du Robin Hood, Alter, wie er wieder hinten die Geldkassette zerschossen hat. Boah. Alter. Nee, ich habe keine Erde gefunden. Scheiße, nein. Alter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, denn er läuft einfach weiter jetzt. Was? Ja, ja. Boah, ich bin clever. Ich bin so clever. Ich bin so clever. Ich hoffe... Boah, Alter, voll vom Balkon gefegt gerade. Du siehst aus wie der Tod. Geil. Ich bin gekommen, um Recht zu sprechen. Recht? Oh, ich bin der Weihnachtsmann. Vielleicht sollten wir uns mal einen menschlichen Planeten suchen. Einen menschlichen Planeten? Deine Ideen gefallen mir, Weihnachtsmann. Oh, oh, oh. Hast du es bald? Ich habe keine Taschentücher hier. Einen Ärmel geht der auch nicht. Warum? Ab einer gewissen Menge ist es ekelhaft. Warum? Alter. Ich lauf sogar vor dir, weißt du? Wir müssen für dich Pixel finden, mein Freund. Das ist alles, was ich zum Abschluss dieser Folge sage. Hat überhaupt nichts gemacht mit der Nase, naja. Engdet? Hm? Engdet fest? Ja, es klumpt, mein Junge. Ja. Ja. Hörst du nur so'n... Hier, guck dir den Planeten an, dann weißt du Bescheid, Alter. Boah, iiih. So. Einwanderungsbehörde. Weil das sind ja alles für Krempel. Whoa. Hohohohohohohohohoho. Hat war dat. Kein Widerstand.